Hallo meine Freunde, vielen Dank, dass ihr euch geschaut habt, Keller, neues Best of Freitag, Samstag, Stream, Best of Pod, Serie A Röntgen. Boah, langsam hab ich's drauf. Ja meine Freunde, das ist wie mal ein Zusammenschnitt vom Freitag und Samstag, so dass ihr heute am Sonntag auch ein schönes Video habt, maybe. Maybe not. Wollt euch die Kommentare wie immer voll, ob ihr einen Tots aus der Serie A gezogen habt. Wem findet ihr am krassesten da? Lasst mal Ronaldo weg. Bei mir ist die Kaffee, gefühlt sind da nur Innenverteidiger drin, was soll das? Echt defensives Tots irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht. Viel Spaß mit dem Best of, ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen und bis gleich im Stream. Haltet durch, lasst euch von der Weekend League nicht ärgern und viel Spaß, bis gleich. Tschüss. Shisha bin ich absolut raus, Digga. Gar keine Ahnung, was da noch gut ist, aktuell und blau. Ich weiß es doch. Bruder! Er ist zwar kaum was wert, aber auch er geht first on ein Steve! Er geht auch first on ein Steve! Und ich kauf den, ich Idiot, Alter! Wieso kauf ich den denn? Ich wusste doch, dass wir den noch ziehen! Scheiße! Aber er ist gut für Counter. Und ich wusste auch wieder, dass da eine blau drin ist. Habe es ja wieder vorher angeteast für euch, ne? Eiko Retzke. Nobody knows. Ich habe bezahlt für den 90. Der ist keine 90 mehr wert, ich weiß das. 80 oder 50. Wieder Minus gemacht. Aber für First Owner macht man gerne mal einmal kurz Minus, ne? Blau! Ja, was soll das? So ein Blödsinn. Aber der Counter geht hoch. Der Counter geht in erster Linie mal hoch. Ich kümmere mich später um dich, okay? Ist das, ja, ist in Ordnung. Natürlich im Totz. Fuck. Ah, Mann! Lacht der denn so blöd, du? Aber drei Packs, Totz. Was wollt ihr alle von mir? Ja, wiederum Fall. Irgendwie erinnert der mich an Bentalab. Ich weiß nicht warum, ne? Oder? Ne, von den Gesichtszügen her voll so Nastasic, ne? Von den Gesichtszügen her Nastasic, oder? Guck mal, er gibt mir recht. Selbst das Ingame-Face sieht aus wie Nastasic, Bruder. Haben die einfach das Gesicht von Nastasic genommen? Haare abrasiert? Lacht der noch so, weißt du? Aber in erster Linie geht der Counter hoch. Die sind aber no joke. Die sind wirklich gut, ne? Gerade? Die normalen Gold-Upgrade-Packs sind wirklich gut. Dahinter ist ja noch einer. Da ist ja das Krasse, weißt du? Da ist ja absolut das Krasse. Schade. Zu spiel. Sieht aber nicht schlecht aus, ne? Ausdauer sieht nicht gut aus. Jetzt kommt Ori. Bitte nicht, Alter. Bitte nicht. Was machen wir für einen Track an? Ey, bitte nicht. Bitte. Bitte kein Ori, Alter. Rein! Portugal! Burns, ey. Mr. Burns. Hätte beschissener sein können, ne? Sei doch ganz ehrlich. Wenigstens offensiv und du kannst den spielen. Der hat 4-4, ne? Und wegen... Auf der Karte Afro hier nicht abgehoben. Immerhin keine Dings, Alter. Immerhin kein Linekar oder was weiß ich. Das ist rein vom Spielerischen her kannst du den wenigstens irgendwo in der Aufnahme zocken. Alles andere hättest du knicken können. Und der hat ja nicht mal in game den Afro. Das ist ja ein Frech halt. Das ist Frech halt. So, rein! Rein! Oder auch nicht rein. Ah, ja. Rein! Was soll der Mist? Belgien! Nein! Warum denn du, Alter? Geh mal weg, Alter! Hau mal ab, ey! Was fühlt der denn? Mach mal Belgien! Hallo! So, ihr hättest ja nochmal machen können. Ja, noch 10 Costa ziehen. Super. Mach mal hier, Ronaldo. Fäcks den weg. Ne, eigentlich kriegen wir doch. Ja, kriegen wir nicht. Schade. Nochmal. Probieren. Frech halt ist das. Frech halt. Ich dachte, da wärs gewesen. Belgien. Easy. Aber nein. Ich kann ja auch nicht mehr sehen, ne? So Alibi-Scheiße, Alter. So Alibi-Karten, ne? Müller. Ja, Azepeng immerhin. Immerhin. Rein! Hunderttausend nur, ne? Wie lange hat er das schon wieder brauchen, um zu öffnen, Alter? Digga, was ist das denn, Alter? Nicht mal nen Walkout. Nicht mal nen verschissenen Walkout. Belgien. Ich hab's gesagt. Ich habe es gesagt. Ich habe es gesagt. Wir werden davon nicht verschont bleiben. Wir werden davon nicht verschont bleiben, Leute. Wieso kenne ich dieses Spiel so gut? Wieso? Wieso kenne ich dieses Spiel? Da bin ich gar nicht gehypt, Digga, wenn ich das sehe. Portugal-Stürmer. Darauf geschissen. Ist eh nicht drin. Ist eh nicht drin. Ui! Jetzt wird's ganz krass. Jetzt wird's ganz krass hier. Sowato. Ja, Lingard. Besser Spieler. Irre. Warum hat er keine Icon? Warum hat er denn keine Icon? Wir halten fest einen Walkout. Einen. Einen. Nur einen. Triggert mich anders gerade. Ja, gutes Pack. Ach Gott, Digga. Messi. Ja, fast. Knapp. War knapp. 2004er Mix ist das. Wie geht... Wie geht sowas? Wie geht sowas? Nicht mal ein Tafelspieler drin. Ja, immerhin haben wir mal einen. Ja, den Beschissensten. Wuuu! Piradi, Alter! Mann, Piradi, Digga. Mach doch Kellini, auch wenn der keinen hat. Jetzt mach aber richtig! Olum, ja! Ist okay, ist okay. Ist okay. Hendinovic. Das geht klar. Ja, paar mehr von euch, Brüdern. Ruf an deine Kollegen. Call sie. Call deine Kollegen an. Auf der Offensive. Du kannst es doch. Dahinter. Dybala. Ah, Digga. Aber egal. Makano, ey. Macarena. Läuft doch. Geil. Nummer 4. Nummer 4. Macarena. Dybala wär besser gewesen. Aber Macarena geht auch klar. Dieser Macarena. Wir kennen ihn doch. Diese Macarena. Belgien, Baby. Ronaldo. Gönnt nicht mal Sturm-Troll. Gönnt er nicht mal. Der gönnt nicht mal den Troll. Nein. Direkt Innenverteidiger. Direkt. Da wird nicht mal der Troll mehr gegönnt. Auf dem Level sind wir jetzt schon angekommen. Es ist traurig. Am Ende ist das traurig. Ne, die Dings mit die 125 werden nämlich nicht mehr. Yeah. Das ist weiß, ne? Das ist weiß, oder? Sind aber sechs. Ich mach aber nur fünf auf. Ich mach doch nur fünf auf. Walk your body. Everybody everywhere. Matip. Ah. Schade, ey. Schade. Halle. Halle. Champions League Finale. Irgendwelche Fragen, als wenn der die beantwortet. Das sind einfach so unnötige Fragen. Das sind einfach so absolut unnötige Fragen. So unnötig wie die 100 Carpacks. Was ist das denn, Alter? Das ist sehr ruhig, finde ich. Ja, aber der kann ja da nicht Knallgas geben, Digga. Ich mein' ich halt. Der muss ja auch in dem Stream dann irgendwo aufpassen, was er sagt. Ne? Weil's halt öffentlich ist. Er kann ja da nicht irgendeine Scheiße droppen. So. Und ich finde, er hat schon, also das, was ich gesehen hab, einiges privat ausgeplaudert. Wo manche vielleicht gesagt hätten, ne, darüber will ich hier gar nicht reden. Er kam halt so rüber, finde ich, so wie einer von uns. Oder wie so, keine Ahnung, keine Star-Allüren, gar nichts. Hat er was über das Champions League Finale gesagt sogar? Ja, aber ich hab ja selber gestreamt. Ich hab hinten draußen ein bisschen reingeguckt. Nein, nicht wieder RM. Was? Wer bist du denn? Ah, was denn, Digga? Man, wir ziehen ja nur die Krücken, ey. Pellegrini, ey. Warum nur die Krücken? Warum immer nur die Krücken, ey? Der schlechteste, no joke, das ist nicht der schlechteste. Den kannst du auf der 8 zocken. Was ist denn mit dem Berardi auf rechtem Mittelfeld? Mit drei Stellen Rickwood? Das ist der schlechteste. Oder Acerbi kann man auch noch spielen. Aber der Berardi ist der schlechteste, aber den haben wir ja auch schon. Den kannst du ja mindestens auf der 8 hinstellen und sagen, komm, ich hab nicht so viel Geld, aber ich spiel den. Mann! Eben, Berardi ist der schlechteste, so. Ja, richtiger Führungsspieler wird Schalke safe gut tun. Safe. Bin ich bei dir. Hab ich aber auch schon vor zwei Wochen gesagt, dass Schalke so ein bisschen fehlt. So ein richtiger Leader. Ein richtiger. Wo die Leute sagen, boah, der hat schon international da und da gespielt. Boah, der hat mit den und den Spielern zusammen gespielt. So ein Typ fehlt im Verein. Aber ist auch, guck mal, stell dir auch mal die Frage, Schalke in der aktuellen Lage, kriegt man da mal eben so einen Spieler? Ui, das wird schwierig. Das Lied von Wrestling? Äh, Own Heart. Own Heart Entrance ist es. Blau! Oh mein Gott! Mann, Olaf! Ja, immerhin mal, ey, geil. Immerhin mal. Immerhin mal ein Verteidiger gezogen. Da hat die Serie ja so wenig von. Und die 45er schon wieder besser wie die 100er. Es ist doch immer das Gleiche. Achtung, Achtung. Eine wichtige Durchsage. Evakuieren Sie das Feld. Gehen Sie nicht nach draußen. Bleiben Sie zu Hause. Meiden Sie menschlichen Kontakt. Maximal zwei Personen in einem Raum. Anfauntler. Nichts. Nichts. Nehmann. Amt. Kein. Da.